durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg, direkt hinter den Gebäuden. Das da. Das da. Wie war das jetzt mit wir? Du bewegst dich nicht. Ah, okay. Du bist krank, verstehe. Mit dem will ich da reden, guck mal. Hey. Komm, ich bin Breton, ey, das sind Halbelfen, wir sympathisieren, okay? Nein. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Welches Problem hat er mit Sven? Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Manchmal. Besoffen. Ja, echt, hey, was soll das? Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen schönen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr, könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Hau rein. Lügen macht Spaß. Ich könnte jetzt Sven den Brief geben oder Camilla, da ich nicht weiß, wo Sven ist. Bietet sich das andere ja an. Bist du Sven? Du bist nicht Sven. Du bist Frau Sven. Und wo ich nur kam, hier entlang. Ich habe einen Brief, ja, ich könnte dir sogar sagen, dass der gefälscht ist, aber ich bin auch kein Arschloch. Arschlöcher würden die Wahrheit sein. Ich weiß nicht. Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Wer weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Ich gehe dann mal wieder. Okay, ich gehe jetzt zu Sven. Dreh dich besser nicht um, sonst weiß ich, dass du es gelogen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So hält sie, passiert sie jetzt weg. Ein kleiner Arschi. Aber er macht nur Pause. Schlusswald ist schon ganz in Ordnung. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das. Gold. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Oh, jetzt kann ich ihn als ergehilfen anheuern. Dann würde ich sehen. Werne Idee, aber ich bin lieber alleine, weil sonst ziemlich jemanden. Das ist so cool. Ich darf leider keine Hühner töten. Die mögen das nicht. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Kinder reden verboten. Dorte. Ich fresse jetzt. Hier im Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Gut, könnt ihr mir Jobs geben. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolz schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Auf Wiedersehen. Das ist auch so eine kleine Nebenquest, die man am Anfang gerne machen kann, um theoretisch Schmieden zu verbessern, das man am Anfang nicht machen sollte. Aber man kann so eben auch ein bisschen noch leveln. Weil egal welchen Attribut du erhöhst, es geht in einen sozusagen Level ein, der dich sogar so stärker macht. Habe ich jetzt einen Eisendolz gemacht, oder bin ich doof? Ich glaube, ich habe mir nicht gemacht. Ja doch. Bringe den Eisendolz zu Typos. Nicht schlecht. Aber er ist der Stumpf, was schon scheiße. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärbt? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Oh, was? Mann, kauft dir eine größere Schmied. Eisen oder Schleifstein. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist auf Holz. Ich kritisier ihn nicht. Ja, ich weiß, wie Schleifstein funktionieren. Man schleift und steint. Herstellen. Scheiße, hab ich mit der Maus drauf. Jo. Seid ihr eher von der... Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten. Da werde ich die ja machen. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Äh, nur... Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Weh, das bringt mir nichts. Ähm... Also gut. Ui, ja. Sonstiges. Leder. Sie. Bringe das Leder zu Adidas. Das ist ein bisschen langweilig. Ich glaube... Ich schneide dir nochmal kurz. Weil das wird jetzt weitergehen. Ich werde es dem Pelz hermachen. Den Pelz verfeinern. Und das ist ein bisschen langweilig. Ich will sehen uns gleich wieder. Ihr habt Talent. Übt nur. Erhaltet doch den Dolch und den Helm. Boah, geil. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Habe ich jetzt nicht nur den Helm davon gekriegt? Und den Dolch? Ähm... Ja, weg die Scheiße. Nein, ich habe so eine Magie kaputt. Magie kaputt. Hm, oh. Jo, ich habe seine Klaue nicht. Zeigend, Muckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Was will ich mit dem Helm? Mann, nein, nein, das. Weg die Scheiße. Feinen Eisen drauf. Die Scheiße. Knauze halten. So gut, was fangen wir jetzt an? Gucken wir, was haben wir noch? Wahrscheinlich gibt es noch mehr, was ich hier machen kann, aber ich wüsste gerade nicht. Ich mache normalerweise die Zwang. Geh los. Sprich mit dem Jahr vom Eislauf. Los geht's. Äh, jo, ich bin ein Wandersmann. Können Sie mir sagen, wo ich... Boah, nice. Nur auf Magie verlassen kann ich mich wohl nicht, weil meine Magie einfach zu niedrig ist, seit ich den Elfen nehmen müssen. Und selbst da sind es nur 50 mehr. Naja. Am Anfang hast du 100 auf allen Attributen, also Magie unten längs, Ausdauer unten rechts. Und wenn ich Schaden kriege, Leben in der Mitte unten. Der mich aber auf. Jetzt habe ich Blut da dran. Oh man, die war neu. Bin ich überhaupt richtig? Ich hätte das Schild lesen sollen. Da drüben sieht es schöner aus. Ich quicksafe. Die hat ein Buch. Oh. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ich habe einen Schritt gemacht. Gegen euch ist tatsächlich Eismagie. Eismagie habe ich gesagt. Nicht gut. Sehr gut meine ich. Weil Feuer macht zwar immer noch mehr Schaden, aber so nehme ich ihre Ausdauer. Und ihr könnt nicht mehr so gut Hartz zuprübeln. Kann ich auch. Du bist tot. Wow. Das ist noch einer. Okay. Du kannst gleich gar nichts mehr, Junge. Du denkst dir. Oh ja. Vielleicht nehme ich einfach dein Kopf mit. Wie wäre das, hä? Was hatte dir? Schönes Gold ist cool. Dietrich nehme ich gerne mit. So schnell da Popo wird. Alter, wie liegen die? Dietrich. Pfeile. Wiegen nix. Kann ich die Eintenpfeile nicht verkaufen. Weil ich zu blöd bin im Handeln. Also das bringt fast zu viel, wie ich Lügen für den einen Morgen. Weil ich lieber Banditen wegschlachten soll. Hier oben ist doch nicht noch einer. Weiß ich nicht. Eigentlich dürfte nicht, hätte ich das ja mitbekommen müssen. Oh, viel Gott, Alter. Ich kann bald mehr Magie holen, ja. Ich hätte die Rüstungsmagias anwenden sollen. Die haben mich ja nicht präventiv angegriffen, weil die mich der mich nicht hätte alle Buffs rausholen sollen. Scheiße. Ich muss in den Himmel. Hey. Lass mich. Lass mich. Manchmal haben wir auch Gold- oder Edelsteine dabei, was ich nicht verstehe. Daher habe ich auch so kleine Diebe. Und dann glaube ich die mir. Ähm. Ich sehe das schon richtig, dass da jemand nur Schleichen verbessert. Das sind Riesen. Die kann man besiegen zu dem Zeitpunkt. Aber das will ich nicht. Weil das normal nur mit Bogen geht und dann stellen, wo die, die nicht hinkommen. Wer kämpft da? Feuermagier-Nomiz. Wow. Was du willst du? Wo bist denn du? Hey. Arschloch. War ich denn? Da. Die Wiederherstellungsmagie kann ich so eigentlich auch dauernd leveln. Schwarze Magierhube. Die bringen mir dieses Geld und wirkt nicht viel Zauberbuch. Verdammt, ich heiße, sie ist auf die Wechsel gekauft. Aber normalerweise treffe ich hier niemanden. Woher hätte ich denn das wissen sollen? Äh, ich glaube, da muss ich hin. Ich bin mir im falschen Weg gegangen. Ich such grad was. Was hier eigentlich sein sollte. Wo ich gerne mitspielen würde. Da. Riese. Da sehen wir, da wird grad ein Riese gekämpft. Und wir haben nichts besseres zu tun, als mitzumachen. Und nichts treffen. Wir sprechen aber lieber, weil Riesen hauen kräftig zu. Vor allem, wenn man doof ist und keine Riesen machen kann. Damit wäre das erledigt. Ja, man. Ihr schlaft euch wacker. Ja. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder. Frau, geh. Ich kann mich im Bild rum. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört. Noch. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Was wüsst du davon? Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Bezahlung finde ich gut, ich mach mit. Nee, ich bin lieber frech. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kottlack-Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Kämpft mit uns dann nicht. War die mich beleidigt oder nicht? Eisenpfeil. Aus Riesenarsch. Kommt nach Yawaskar, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ich will Magier werden, danke. Aber... Nein, danke. Steckt da was? Auf, Nacht. Typ, wo ich hin muss. Ja, Mann. Uh, große Mauern und eine Zugbrücke. Die nachts unten ist es. Ja, gut. Hey. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Ich... Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Sicher aus dem Drache. Das hatten wir schon mal. Ich hab... Ich könnte ihn einschüchtern, aber dann schlägt er mich am Ende noch. Ich könnte ihn bezahlen, aber dann bezeih ich ihn am Ende noch. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Aber wir behalten euch im Auge. Oh. Oh, ich hab aufgelevelt. Jetzt guckst du blöd. Wenn man auflevelt, hat man hier eine neue Stufe. Wird erstmal gefragt. Äh, ich erklär selber. Ob man eins dieser drei Attribute um zehn erhöhen will. Magika, Gesundheit oder Ausdauer. Ich denke, ich mach erstmal Magika, dass ich mehr Magie rumballern kann. Um zehn jetzt. Wir hätten jetzt 110 plus 30 wegen der Magie-Robe, die ich trage. Oder der Kappe, ich weiß nicht. Und jetzt haben wir Talente zu verbessern. Eins. Das können wir jetzt überall reinstecken. Ui, da gibt's viel Scheiße. Aber wir wollen das hier reinmachen. Entweder Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung. Zum Beispiel Heilmagie. Brauch ich auch nicht. Ich will fetter Beschwörung machen. Wirke Beschwörungszauber für die Hälfte der Magika. Ja, sehr gern. Deine Novizenstufe. Das ist, ähm, mein Flammen, Blitz oder Eiszauber sind gerade Novizenstufen. Zerstörung. Und jetzt, wenn ich hier mal rumballer, geht das doch wesentlich langsamer runter. Das kann ich jetzt eine Zeit lang machen. Muss ich aber nicht. Gehen wir nach... Weißlauf. Um liebendes Stein kannst du sämtliche Fertigkeiten schneller lernen, aber nicht so wie bei... Oh. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Langweilig. Wo muss ich hin? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Wie das eigentlich? Alter. Habt ihr euch schon mal nachgedacht, dass der Mund runterkommt, wenn er so nah ist? Ich meine, das ernst. Hättet ihr da ein Gesicht, würde ich mich richtig fürchten? Majora's Mask, ne? Kennt ihr? Gut. Dann nicht. Drachenfeste. Pompös, protzig. Und wo das beschissenste Dach, das es gibt, also dass... Das hat Löcher. Einmal rein, bitte. Stufe 2, pass auf, Leute. Leute. Du, 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 du. Ich bin ein Abenteurer. Was soll die sagen? Ich... Ich rede mit der Frau. Ich rede mit der Frau. Ich habe Nachrichten von Helge über den Drachenangriff. Gerdo hat mich geschickt. Ich muss, weil es in Gefahr ist. Drachen sind interessanter. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Ich stehe im Feuer. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten. Darf ich mich bewegen? Bitte. Danke. Ihr wart also in Helge. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Mit 1, 3, 2, 1. Ich bin nicht komisch. Ja, ich hatte eine Aussichtwertigkeit. Ich hatte versucht, mir den Kopf abzuschneiden. Das musste er nicht wissen, dass ich ihn gerichtet werden soll. Der Drache hat Helden zerstört. Das Deste, was ich sah, war, dass er diese Richtung davon flog. Mit Flügeln. Weil er ist ein Drache. Weißt du, was das ist? Ja, sicher. Ich bin nicht mehr am Ding. Nein. Ich rede gerade mit. Du bist nicht mein Niveau. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Ja, ja. Und lass da was für sich. Nicht alle gleichzeitig. Ja, guck mal. Der hat hier den Arm halb oben. Der kann was. Krieg ich die Krone? Ja, mein Ja. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Oha, ja. Und das werde ich euch nicht verlassen. Boah, geil ist das ein Drachenkopf. Hier. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen. Nicht Stahlrüstung gestellt, da bin ich nicht dran interessiert. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Über Berge laufen kann ich ganz gut. Begeben wir uns zu Pharenga, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Welcher? Und mit Drachengerüchten. Was für eine Frage? Werde ich eingeweiht oder? Warum gibt es mir eine Stahlrüstung? Siehst du nicht, dass ich daran wohl nicht interessiert bin? Magie, Magier, Magie. Oh, Magie. Lass dir Zeit. Mach's gemächlich, Junge. Ich seize der Beher nur so. Guck, nicht so blöd. Alter, nicht gucken. Jo. Tu's das. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Er meint mich. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Ja, die Säule redet mit dir. Ihr glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Er weiß es. Er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Wen muss ich töten? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Klingt gut. Was hat das überhaupt mit Drachen zu tun? Ruine? Drache? Klingt verschieden. Ja, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Oder nur ein Typ, der gerne mit Schlamm rumballert. Wenn die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab und Möglichkeiten. Das war vorne schon. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass ihr alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Was ist das? Ist das ein Stuhl? Da verstehe ich nicht. Das Gebrachen zu suchen. Was hat er gesagt? Woher verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Skyrim. Was soll ich tun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrafstecken. Ja. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht sich zu fahren. Findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ja, hässlicher Typ. So. Was können wir jetzt nehmen? Wir werden mal von Rüstung verzaubert. Was habt ihr zu verkaufen? Das ist interessant. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Bin ich am meisten nicht interessiert. Beschworene Streit... Beschworene Schwert. Das will ich. Aber die Eissache wären auch gut, aber dafür habe ich das Geld nicht für. Svenja. Wieso steht da nicht unter welcher Stufe das ist? Heldenmut, Helsing, Kerzenschein, Magierlicht. Niedere Untote vertreiben. Ja gut, der hat auf jeden Fall viel. Wovon ich mir ein bisschen was... Schnellheilung. Ah. Das ist geil. Egal. Bei dem werde ich wahrscheinlich noch viel kaufen. Zum Ödsturz-Hügelgrad mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Und ich eigentlich auch. Wir brauchen es so schnell wie möglich. Ja gut, ich würde aber sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Natürlich. Ich mache das in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt erstmal und mache Pause. Voll protzig. Was soll die Scheiße? Ich habe da draußen Leute gesehen, die hungern. Weil ich möchte nur mehr sagen. Gut. Naja. Falls es euch gefallen hat, diese lustige schöne Folge. Ich... Was habe ich denn alles? Argonia-Bretonne, ja. Ich überspeichere mal das. Dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir uns entweder noch ein bisschen Weißlauf umsehen oder uns zum Ödsturz-Hügelgrad aufmachen. Vielleicht auch beides. Bis dahin. Termin ist raus. Schutz. Die Farbe steht ja nicht.